Servus Leute und willkommen bei einem neuen Ace of Spades Let's Play hier auf einem französischen Server der heißt Call of Liberty und das ist hier im Babel Modus ich glaube vielleicht kennt ihr den das ist so da muss guck mal da muss man seht ihr hier da muss man so ein Turm müsste das Team als so ein Turm oben bis hoch auf dieses Teil bauen und wer zuerst da ist hat halt gewonnen und um mal wie hieß die Map noch mal die hieß glaube ich Crossfire 2 oder so ich weiß auch nicht warum die Crossfire heißt das ist schon der erste ich habe jetzt hier mein neues Mikro übrigens mein Headset für Gamer Headset nein so gut ist es nicht aber ist schon nicht schlecht das Headset und ich hoffe das klingt ganz gut für euch besser als das mein kaputt ist und ja das wird hoffentlich ganz gut hier so jetzt da hinten ist noch einer Volker Harz Coop die übelst lange gebraucht bis und analysiert hat wenn man den Baum jetzt verschießen Leute es wäre ich jetzt gut an die Stimmen kann man ja nicht die jetzt unten im Chat und muss halt näher an der Base ein um das zu zerstören die gegnerische Base Scheiße den hole ich mir jetzt hier schon 3 4 Kills gemacht ganz schön ok wo kommt wo war der jetzt hier Leute da hinten ist einer natürlich ist abgezogen ok ich glaube der sieht mich hier ein bisschen aber den hole ich mir jetzt ach kacke der hat mich gekillt ok wie viele Kills haben wir schon 4 Kills naja es geht was geht hier aber von da oben hast du auch nicht ganz lustig an diesem Modus dass man kann von oben dann immer ein paar Leute hier abschießen was eigentlich ganz cool ist finde ich und hier ist auch noch einer ne ein gelber war das diesen Schutz hier zu ach kann ich ja nicht ok ich muss nähern die Enemy Base weil das kann man nämlich auch ganz gut ernsthaft müssen jetzt hinfahren aber dahinten ist auch noch so ein zum freund im Kupferstecher jetzt nach dahinten Pio Lot ah der ist weg auch klar wo war der denn jetzt Scheißregel habe ich nicht gesehen Leute ich habe auch keinen Plan wo der war das weiß ich nicht und noch so nur zu Info dieser Linken ist alles in meinen Videos habe der funktioniert leider nicht mehr ich verarschen der funktioniert leider nicht mehr weil weil wenn man auf Chip Online geht und Ace of Spades halt downloaden will die die Klassik Version die ich gerade hier spiele da wird man direkt zu Steam weitergeleitet und muss sich halt das neue kaufen was eigentlich auch cool ist aber ich spiele es halt nicht weil es bei mir nicht so flüssig läuft laufen wird wahrscheinlich recht ziemlich alten PC habt aber ich hole mir wenn ich dann irgendwann mal neuen PC oder Laptop hat dann hole ich mir das auf jeden Fall wird es dann auch mit euch zusammen spielen hier ja und da werde ich mir wahrscheinlich entweder finde ich noch einen anderen Link wo das eigentlich ganz gut läuft also wo ich euch das zeigen kann also wo das zu downloaden ist den ändere ich dann oder ich lade einfach bei Mediafire oder Upload.de oder so lade ich halt das Setup hoch weil ich hab das ja noch hier und das kann ich dann machen für euch da kann ich gleich noch meinen Waffenskin Pack dazu packen wo meine ganzen Waffen sind die ich hier gerade hab hier zum Beispiel die drei Stück aber noch viele andere die ich mir gedownloadet habe bei Bild & Shot das war es was nur zur Info da unten hockt einer der wurde getötet ok so wo sind wir jetzt hier ach guck da oben ist so einer den kann ich jetzt schon mal abschließen bam ich kann man auch ganz gut wegsneipen hier bam gekillt den Typen na klar den hat ich doch übel erwischt Leute das war jetzt ein bisschen nubig sieben kills Hammer das ganz ordentlich ist und ich geh jetzt mal hier hoch ich weiß auch nicht warum ich hab nur lange weil ich bitte wahrscheinlich so ein bisschen runterjumpen so keine Ahnung das wird mir schon ganz lustig wow wow fuck fuck das ist eigentlich ganz cool gebaut hier nicht dumm auf jeden Fall so kommt jetzt hier weiter ach da aha so ach da oben ist einer unten ist einer Leute auch Karten die würde ich jetzt kill naja ist wurscht hat der andere Typ gekillt ok na klar der war da unten oder was ach da am Wasser der kriegt jetzt echt Ärger der Typ barft die ich da unten ist auch nach dem Mann bin ich genug oder was ich treffe den Typen nicht ist es geht auch gar nicht also es manchmal denke ich auch was ist da los man was jetzt setzt er jetzt jetzt sitzt der Drecks Drecksschuss Schuss hier ich habe gerade gesehen ich glaube drüben kommt auch noch einer dahinten da oh ja da kommen irgendwie Schüsse her oder einer schießt nur so aus Langeweile drauf wird trotzdem mal gucken gehen weil es hässlich ist wenn die Typen lang nur wenn in der Base dran sind dann können die die Base nämlich zerstören also diesen Turm und da braucht man ja nicht lang und wenn man hier halt unten das wegschießt das kennt ihr ja schon dann wird halt fällt der ganze Turm zusammen da muss man halt alles nochmal neu aufbauen das ist dann richtig scheiße finde ich oder hin ist einer Alter nach ein paar ungezielten Schüssen die nicht oh 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 guck jetzt jetzt hätte ich zum Beispiel Leute oben diesen roten Teil von den zerstören können das wäre ich praktisch gewesen weil die sind schon gleich am Ziel Und das gefällt mir gerade gar nicht. Das muss ich jetzt hier mal durchrushen und versuchen, das abzuschießen. Weil das ist ja nur zwei Blöcke breit. Und wenn ich zwei Blöcke vorne zerschieße, dann fällt das ganze Teil zusammen. Ernsthaft. Das gibt es doch gar nicht. Und dann treffe ich den Typen, der nicht. Ah, der hockt da oben schon scheinbar rum. Ich muss mich jetzt noch schnell holen, Leute, bevor ich versuche, dieses Teil dann zu zerstören. Und der kann wahrscheinlich nichts. Das ist sehr löblich. So mal gucken, ob ich jetzt nah genug bin, um dieses Teil zu zerstören. Ja, den hatte ich gut erwischt. Das war vielleicht ein bisschen glücklich, aber... Das war eigentlich gerade dieses... Ja, den habe ich weggefetzt, den Typ. So hier... Scheiße, das war ich, wurde ich abgeschossen. Fuck, ey. Na, nee, die SMG bringt es mir jetzt hier nicht. Jetzt habe ich jetzt noch mal... Oh, hier ist ein Erstreik, wieder schön, Leute. Jetzt habe ich jetzt mal wieder hier rüber. Und guck mal. Das ist nämlich gleich von einem Ziel und das ist scheiße. Och, klar, da unten hockt der Typ. Den kann doch keiner sehen, Mann. Wie viele Kills haben wir? Zwölf Stück. Schön. Na, schön. Okay. Mittelmäßig. Wollte ich mal sagen. Och, ah, guck jetzt, Leute, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Jetzt sind die Typen nämlich schon da oben. Und das ist dann echt nervig, weil die ballern ich dann die ganze Zeit von da oben ab. Okay, der ist tot. Aber ich gehe jetzt mal wieder links lang hier. Und versuche dann dieses Teil nochmal zu zerschießen, weil das echt nervig ist, dass dieses Teil dann sie nicht mehr darüber rüber rushen können. Ah, okay, da steht es unten wieder, Leute. Ich muss näher dran sein. Sonst bringt mir das gar nichts. Und da oben hockt einer rum. Ja, den habe ich. Alter. Darf ich? Noch ein paar Versuchen. Klappt es dann doch ganz gut. Oh, ich muss näher sein. Das ist jetzt nicht. Ach, jetzt kommt dieser Typ da und fotzen Killshammer. Das ist ja gerade echt ärgerlich gewesen. Ich war kurz davor nah genug dran zu sein, dann kommt es ein kleiner Typ. Und das ist eigentlich, was das ist eigentlich die ganze Zeit hier, dieses komische Fahrträgen. Scheint haben die Typen bald gewonnen hier, weil... Wenn man da oben ist, hat man glaube ich sogar schon gewonnen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das auch noch nicht so oft gespielt, keine Ahnung. Vielleicht müsste man eine bestimmte Anzahl von Typen hochgehen. Ich weiß gerade auch nicht. Ich gehe mal nochmal hier lang. Boots und Geier da oben hocken die Typen wieder. Ach, da oben hocken sie alle diese kleinen Arschlöcher. Mann, das ist ja echt nervig hier. Alter, da können hier wieder... Ich rush jetzt hier mal außen rum, Leute. Das wird hoffentlich ganz gut. Hier außen rum. Ach, da hockt das ein Freund und Kuffer, Stecher. Ah, scheiße, Leute. Das war eine Worte wieder... Das sollte wieder ein schöner Spatenkill werden, aber... Dieses scheiß Spaten, der trifft ja nicht, ey. Das ist doch so ein Schei... Und ne, ne, entweder das ist ein Cheater, oder... Zerlix, Jungs, was soll denn das? Der wurde gekillt, da hinten der Hock wahrscheinlich immer noch darum. Und da unten war auch einer. Ne, keiner. Er tut da hinten, äh, den... Den hol ich mir jetzt, äh. Der wurde schon wahrscheinlich schon gekillt, aber... Na klar, na klar, das ist doch scheiße, ey, was soll denn das? Ich hab nur ein bisschen Headshot gegeben, man. Boah, der könnte ich wieder, ey. Ma, den, den hol ich jetzt frech von hinten, das sage ich euch. Den hol ich jetzt von hinten. Den Typen, äh. So hatte sich nun mal versteckt. Aha. Ja, Leute, jetzt habe ich einen kleinen Wichsal. Der versteckt kennt sich auch rum und kommt nicht raus, ey, das ist so ein Schisser. Und ich bin jetzt hier, oh scheiße, mich aufpassen, ich mich konzentrieren. Ich muss weiter nach außen gehen. Sonst ballern die mich noch ab, ich geh jetzt mal hier voll Pussy-like außen rum. Das muss ich jetzt nämlich leider. Sonst klappt es hier gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt mal genug dran. Scheißwasser. Zum Glück zieht. So, jetzt bin ich draußen. Okay, die könnte aber schön. Die Backen hier ist rum, so mit Typen. Warne, den habe ich. Ich muss glaube ich näher dran. Sonst bringt das mir kaum nicht. Warne, den habe ich auch. Und der Typ, der da, der darf da mal da drüben nicht weiterbauen, sonst. Jaja, es klappt, Leute, es klappt, es klappt. Guckt, habt ihr es gesehen? Like a Boss, like a Boss. es kann die typen dass mich noch mal alles neu bauen ich kann die dabei alle abwandern waren beide geholt guckt euch das an ist das jetzt nicht gleich geborst und diesen typ den holt jetzt auch noch nachkommen alter auch noch geholt schön barmix sagte leute es läuft eigentlich ganz gut ich könnte es barm ja bosshaft einfach nur bosshaft ich mach den lach dieses ganze teil hier kaputt und den typen so leute das ist ganz ganz gar richtig geil es neigt die alle weg das machen die hübschen fahne so wieviel habe ich jetzt schon auf einmal 24 kills das ist sehr nice alter mich geholt scheiße aber nicht schlechter ich habe schön die ganzen schutz von ihnen weg gesammelt und jetzt können wir noch schön von neuen anfangen ja unseres teil baut anscheinend auch keine weiter aber habe ich jetzt auch nicht so viel lust und jetzt sehe ich gerade wir haben schon zwölf minuten das ist natürlich nicht so geil es ist schon ziemlich lange was hat mir dazu die Welt fand gemacht habe ich gar nicht auf die stoppe hier geachtet also das ist jetzt auch gewesen sein den typen der drüben kenne ich noch ich weiß nicht hatte der ein bot oder so lieber doch wie es geht doch noch nicht so schon mal irgendwo gesehen da der team wird ja der team wird leute das war es mit dieser folge ich hoffe es hat euch gefallen ich werfe jetzt eine granate auf diesen typen so ich hoffe es hat euch gefallen es war ich eine coole runde fand ich ein mikrobo hoffentlich auch gut und nochmal danke fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal um ja na gut magenta team wenn es ist jetzt schlecht aber ist egal zwar trotzdem eine coole runde wir sehen es beim nächsten mal schau leute ab